Hallo meine Lieben, Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um Fakten über mich und zwar bin ich zu 20 Fakten gekommen. Ich habe mir das auf ein Zettel hier notiert und ja, so erfahrt ihr ein wenig mehr über mich. Und ja, dann starten wir am besten mal, damit das Video nicht zu lang wird. Erstens, ich dusche lieber anstatt zu baden. Und ja, duschen geht schneller, ist erfrischender und man liegt nicht in seinem eigenen Dreck in der Wanne. Sag ich jetzt mal so. Man ist zwar nicht dreckig, wenn man jetzt nicht Bauarbeiter oder Schornsteinweger ist, aber ich dusche eben lieber. Zweitens, ich bin ein Langschläfer. Ja, ich hasse es früh aufzustehen. Drittens, ich bin ein kleiner Morgenmuffel. Ja. Viertens, ich kann durchaus aber auch früh aufstehen, wenn ich muss. Ist ja klar. Fünftens, ich liebe meinen Schatz und meine Tiere über alles. Ja. Ich hasse Tierschänder und Tierquäler und ja, Kinderschänder sowieso, aber das tut wohl jeder. Sechstens, ich bin 40 Jahre alt. Ja, mag man vielleicht nicht glauben, aber ja. Siebtens, ich bin tätowiert und gepierst. Hier, also da, verkehrt. Hier und hier und äh. Ja, und Tattoos halt. Hier so und äh. Da und hier. Äh. Muss ich mich verrenken. Ja. Ja. Ich bin, achtens, ich bin ein eher ruhiger Mensch. Ja. Neuntens, ich liebe und brauche es ruhig. Definitiv. Ich mag kein Halligalle um mich rum. Ich mag es nicht laut um mich rum. Ja. Zehntens, ich färbe meine Haare, weil ich es bunt mag. Ja. Das ist Fakt. Genau. Elftens, ich bin hin und wieder ein ziemlich launenhafter Mensch. Ja. Ist leider so, aber gut, kann ich nichts dran ändern. Zwölftens, ich bin ein klein wenig exzentrisch. Ja. Dreizehntens, ich liebe Schmuckblingbling und ich liebe es mich zu schminken, aber nicht zu übertrieben. Man sieht es ja hier nicht. Nein, übertriebenes Make-up mag ich eigentlich nicht. Nein. Vierzehn, ich schaue gerne Fantasy, Horror und Psycho-Thriller. Ja. Mag ich ganz gerne. Mhm. Es muss aber nicht immer Horror jetzt sein, aber ich mag auch durchaus Komödien. Fünfzehn, ich liebe Musik. Ohne Musik geht nichts. Mit Musik geht es alles besser und leichter. Ist definitiv so. Frage sechzehn, also was heißt Frage sechzehn? Fakt sechzehn. Ich trage am liebsten Birkenstock oder Nike Air Max. Es gehen aber auch Schuhe mit einem kleinen Absatz, da ich leider Problemfüße habe. Jeder hat ein Makel oder ein Päckchen zu tragen und mein Päckchen ist eben das Fußproblem. Siebzehn, meine Lieblingsfarben sind Schwarz, Weiß, Pink und Flieder. Aber Schwarz, Weiß sind eigentlich keine Farben, aber man sagt trotzdem Farbe Schwarz, Weiß. Ja. Achtzehntens, ich schaue gerne Supernatural, Paranormal Survivor und Vampire Diaries. Alles was so mystisch ist und so. Mag ich, interessiert mich, schaue ich gerne. Ja. Neunzehntens, ich habe keine Kinder und wollte nie Kinder. Und ja, leider, ich kann mit Kindern halt nichts anfangen. Ist so. Ab einem bestimmten Alter kann ich mit Kindern was anfangen, das heißt, wenn sie sich mitteilen können. Klar, verständlich und ja, ist halt so. Also. Und die Frage 20. Ich bin ein kleiner Schoko-Fan. Ich liebe Nutella, Milka, Lind, Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen, Toffifee und Kinderriegel. Aber die Kinderriegel müssen bei mir vom Kühlschrank rauskommen. Sonst mag ich die nicht. Ja. Das waren jetzt also 20 Fakten über mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch auch eine kleine Freude bereiten. Ja, und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja auch mal 50 Fakten über mich zusammen und dann gibt es wieder ein Video. Ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich grüße euch alle. Und ja, also einfach viel Spaß mit dem Video. Tschüss.